Hallihallöchen und Willkommen bei der Insel der Antike oder auf der Insel der Antike bei Sitzscheibes. So wird da ein Schuh raus. Ja, wir wollen aber nichts kaufen. La, la. Ah, nicht. So, damit hier gleich nicht alles brennt. Wir Feuer haben. So, wir haben eine neue. Die Geister sagen, die Aslaten saßen oft am Ufer, um Delfine zu beobachten. Lass uns das auch tun. Leider haben wir keine Bank. Finden. Holz. Wir haben kein Holz mehr. Das ist auch gut. Sehr gut, dass wir kein Holz mehr haben. Das ist doof. Na ja. Na ja. Furt. Geh Furt. Es gibt ja gleich mal eine auf die Furt. Mann. Schrei hier nicht so rum. La, la. La. Ja, die Felder müssen wir auch noch bestellen. Hier geht es aber ab. Meine Güte. Meine liebe Güte. La, la. Lalalalala 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 So Ah, guck mal hier Ein Kämpchen So, das haben wir Bauen, drei Bänke So, haben wir gebaut So, langfristige Geschäfte in der Seegeblume bestellen, ja Aber wir haben nicht mehr genug Holz Lager ist voll Gelieferte Fracht Lalalalala 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 So, zack Soll natürlich Hiermit weitermachen Hab ich denn überhaupt Die ganzen Ihn hab ich noch gar nicht losgeschickt Und ihn auch noch nicht Lalalalala Ja, schrei doch nicht so rum, Mann Ja, ich glaub Lalalalala Lalalalala Können wir uns denn irgendwo hier noch Holz besorgen Ja, natürlich Da kommen die wieder nicht dran, Weiße Undankbares Volk Ja, haben die verstanden Lalalalala Lalalalala Haben wir hier keine Baumstämme mehr, oder was? Was geht denn hier los? Hallo? Lalalalala Naja, das wird, glaub ich, nicht reichen Für Holz Aber, naja So ein bisschen wenigstens Wenigstens so ein bisschen Holz Ja, da kommen wir gar nicht mehr rein Ja, natürlich Klar Kommt keiner hin Wie hieß du? Warum auch? Lalalalala 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 So, hier machen wir auch noch ein bisschen Holz Und hier auch Lalalalala Da ist auch noch was Holz Da hast du was zu essen Was zu essen? So, wir brauchen mehr Ein bisschen Holz Kann nicht verzagen Da musst du mal die Hütte fragen Oder so ähnlich Dinn, dinn, dinn Da, 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 da Lalalalala Lalalalala Zack Und dann nochmal hin Da auch nochmal hin Ja, komm, dann haben wir So ein bisschen Ein bisschen Holz Haben wir dann Okay Das sollte reichen Haben wir denn jetzt hier alles... Jo, da haben wir alles abgeerntet. Abgeerntet. So. Stehen wir nicht ganz mittellos da. Schauen wir mal im Häuptlingshaus. Da bin ich raus. Im Häuptlingshaus. Ja. Ähm. Super. Ich wollte gerade sagen, haben wir keinen Kleber hier mal, oder was? Doch, haben wir gekriegt. Dum-dum. Dum-dum. Ja, es wird zwar nicht reichen hier, aber... Äh, Kleber hatten wir hier, ne? Ja. La-la-la-la-la-la-la-la-la. Ein Mann sagt, willkommen zurück. Auch der. Batterien, ja, toll. Alter, wie viel Batterien ich mittlerweile hab. Vier Batterien weg. Äh, Nägel haben wir auch echt viele. Na toll. Mehr gibt... Sag mal, willst du mich veralbern, oder wat? Willst du mich narrisch machen, oder wat? Gibt's doch nicht. Ja. So, können wir hier überhaupt was machen? Ja. Komm mal. Na, da können wir nichts mehr machen, aber... Aus meiner Pau. La-la. La-la-la. So. Erster Fluch. Das sieht gut aus. Wir hatten doch hier irgendwo mal... Oder? Erster Fluch. Da. 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 Er, Erland ist schrecklich. Alter, wie viel Sand wir auch hier bräuchten, ne? Kannst du keinem erzählen? Viel Sand verbrauchen. Yo. Wir wissen nicht, was mit dem zu tun. Ja, auch das. La-la-la. La-la. La-la-la-la. La-la. So, 30k. Da. Achso, warte mal. Dann vergesse ich, sonst vergesse ich das echt gleich. Sonst vergesse ich das nämlich gleich echt. Und dann haben wir ein kleines Problem. Und das wollen wir ja nicht. 16.000. 15.000. Ja, 14.000 geht auch. So, dann haben wir noch einen hier. Der kann... Das sind aber nur 15 Minuten, ne? Hm. Hier, der eine, der kann eine Stunde... Ne? Siehst du da Bescheid? So, ab zum Marmorfjord. Denn das ist der Ort. Mit dem Marmorfjord. Da möchte ich fort. Auah. Alter, ich hätte irgendwo eine Mücke... Jetzt noch eine Mücke gestochen. Das gibt's gar nicht. Wir wissen nicht, was da zu tun ist. Ja, wir suchen ja hier noch. So. Finnen. Ah, hier. Finnen. Hier? Ah, ist das das? Also, da auch. Ich wollte gerade sagen. Lalalala. 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 Lala. Aua, es wird laut. Das wird laut. Es wird laut. Schnell weg hier. Das ist... So, da. Und da. Und natürlich auch da. So, Moment. So. Achso. Da müssen wir noch... Ja, essen. Klar. So, wir müssen mal eben... Damit wir das nicht vergessen... Wir müssen uns mal eben... So. Äh. Holz. Wir brauchen Holz hier. Ja, kann auf jeden Fall rüber. Zack. So. Dann können wir das auf jeden Fall schon mal gleich nicht vergessen. So schaut's aus. Was haben wir denn hier noch zu tun? Ah, wir können nicht so viel tun hier, ne? Na. Können hier so nochmal ein bisschen, ne? So. Ja, dann haben wir... 100 Gold... Äh, 100 Holz verpasst. Das ist aber nicht so schlimm. So. Zack, 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 zack. So, Sand brauchen wir auch hier, ne? Was hier auch? Sand? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab's vergessen. Ich bin ehrlich. Ich bin, äh, alt. Und so Sachen. Ich kann, äh, helfen. So. Aua, ein Steinblock. Zwei, drei, vier... Wie viele Steinblöcke brauchen wir denn? Zehn Stück? Alter. Sie sprechen zu anderen von deinem Geist. Wie viele haben wir denn jetzt gebaut? Acht. Neun. Und zehn. Und zehn. Baue Steinblöcke. Ich bin, äh, ein Steinblöcke. Eins. Zwei. Drei. Die sind bestimmt teuer. Vier. Hier gehen wir weiter. Fünf. Sechs. Braucht man denn da auch zehn von? Natürlich. Warum auch? Was frage ich eigentlich so doof? Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wie ich sehe, kommst du recht... Richter... Äh, kommst das zurecht, Häuptling? Und dumm, 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 dumm. Das dürfte aber wahrscheinlich nicht lange dauern. Und dann haben wir schon die nächste Quest schon wieder hier, oder? Ich meine, wir haben ja noch ein paar, aber... Eigentlich kann ich hier noch nicht bauen, ey. Bau ein Labor. Vor der Verbesserung des Haupthauses auf Stufe 10. Ähm... Dafür brauchen wir aber natürlich noch... Ich finde unser Korallenhaus. Da fehlen uns Korallen. Wie komme ich denn an Korallen? Ja, nee. Korallen? Alter, ich bin Zauber hier! Da, da, da... Da, da, da... So. So, 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 so. Äh, äh, da bin ich nicht hin. Ja, Korallen. Hm. Hier, nimm erst mal ein Bad. Ach, nein. Da wollte man gar nicht hin. Mann. Verklickt. War wieder schneller als, äh... Sonst irgendwer. Ja, ja. Ja, ja. Ja, mach mal. Rest machen wir gleich. So. Erst mal geheimnisvolle Küste. Also, wirklich. So. Lalalala. Flup. Lala. Lala. so sollte man eigentlich alle kohallen richtung schicken angekommen dann lalala so und so und so ich weiß da aber ein ein ländchen was ich über holz freuen würde aktuell ich muss ja auch auswählen was ich will das hier nicht vergessen so was kann man hier sonst das können wir nicht machen ja da brauchen wir noch 750 die ins kirchen ich sehe euer anliegen und nehme es sehr ernst fast also eigentlich lalala lalala dann könnten wir eigentlich uns ja auch hier noch ein bisschen essen irgendwo hinschicken hier zum beispiel so ein bisschen so lalala lalala so nahm er keinen mehr am arbeiten das ist gut oder schlecht was auch immer so jetzt gehen wir mal zum antol der ahnen das antol der ahnen ach so hat man ja schon alles so wir haben noch keinen einzigen kürbis gefunden hier oder was finde vier kürbisse indem du einen kürbisernte auf deinem feld bestellst das will uns irgendwie nicht gelingen ich weiß es auch nicht brauche ich denn vielleicht mehr felder hier ach nein mach doch kein quatsch jetzt so 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 Umfangreich. Dann müssen wir ja auch nochmal hier ausbauen. Jut, machen wir das. Lala. Tüdu. Zack. Und zapp, zapp. So, was haben wir denn hier noch? Äh. Achso, da sind wir noch gar nicht am buddeln. Ich dachte, wir wären schon da am buddeln. Sowas aber auch. Zack. Zack. So, zack, zack. Zack. Äh. Vertreibe den Nebel. Ja, würde ich fast machen. Ja, 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 nicht so schnell. In den Handelsposten. Zack. In den nächsten Handelsposten. Zack. Ja, da können wir jetzt aktuell nicht. Können wir jetzt ausbauen, aber warum? Okay. Ja, da können wir auch nochmal ausbauen. Dann haben die wenigstens was zu tun hier mal. Faule Volk. Okay. Ja. Da haben die mal was zu tun. Kleinen Faulen hier. Zack. Zack. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Oh, ja. machen wir das das nächste Mal. Ja, gut. So, Berg Vorland. Das Berg Vorland. Das hab ich erkannt. Oder so ähnlich. So. So, Glashammer umfangreich hier. Ich weiß gar nicht mehr wofür eigentlich aktuell gerade. Ich hab's wieder mal vergessen. Ich bin aber auch schon was älter. Ich darf das. Tür rück. Da vorne haben wir übrigens nix. Wie ich gerade sehe. Oder auch nicht. So, ähm. Wofür brauchten wir denn nochmal alles so Glas? Finden. Das finden wir hier. Ist schlecht, weil, ja, bauen. Ist schlecht. Da fehlt uns noch das erforderliche Level zu. Für ne Rakete. Aber wie sieht's denn hier? So. Ja, wie sieht's hier überhaupt aus? Das, äh... Ja, 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 ja. Erstmal hier generell, äh, Freirod, ja. Ja, ist ja gut. Sorry. Ja, ist ja gut, ey. Ich hab's ja verstanden. Ich hab's ja verstanden. Und steht schon wieder auf und guckt. Ich hab's jetzt wieder keiner geklopft, weil das hör ich so schlecht. Schau mal nicht, weil der Hund kommt zurück. Ja, ja, ja. Ich muss mal... Wo sind denn... Ich hatte auf jeden Fall noch Sachen, die nicht erledigt sind. Muss ich jetzt erstmal finden, hier in dem Getummel. Ah, da. Ah, und da. Aber wofür braucht man denn so viel Glas jetzt? Das hab ich jetzt ganz... Ja, 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 ist ja gut. Der Chiefs. Wofür braucht man denn so viel Glas jetzt? Ich hab's wieder vergessen. Glas. Wir brauchen Spaß. Mit viel Glas. Ich weiß auch nicht, warum. Glas. Ich weiß echt nicht mehr, warum wir so viel Glas brauchten. Okay. Yo. Oh. Wie viel brauchten wir Glas? Okay, ein Pilzhaus könnten wir jetzt verbessern. Das würde ich sogar gerade mal machen. Was soll es auch? Werden wir wahrscheinlich so oder so nachher mal brauchen. Irgendwie. Woher haben wir meine Gläser? Ah, hier sind wir. Ah, hier sind wir. Ich habe ein wenig Geduld. Finde Feuerbesteck im Restaurant. Boah. Danach können wir eine Kohlerei... Kohlerei. Kohlerei. Kohlerei, äh... B-Stellen. B-Stellen, R-Stellen, An-Stellen. Was auch immer. So, äh... Hier. Zack. 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 Muss mal alle hier ans Arbeiten schicken, ey. Fauliger Sindel. So. So. Buch der urbaren Erde. Lalalala. Ich muss mal gucken, wofür nochmal das ganze Glas war. Glas. Für irgendwas war bestimmt das Glas gut. Ich werde nur vergessen haben, wofür das noch gut war. Lalalala. Okay, dann müssen wir auch schon wieder was wiederherstellen. Und hier auch. Lalalala. Ich habe keine Freunde. Das ist so traurig. Traurig. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Mega traurig. Zack. So. Aber mehr essen brauchen wir eigentlich auch aktuell jetzt nicht, ne? So, dann würde ich jetzt Sand. Wo braucht man jetzt noch Sand? Ja gut, da braucht man immer eben halt Sand, ne? Zack. Da. Da. Hm. Dann schicken wir das auch nach hier. Lalalala. Hier kommt auch noch ein bisschen Holz. Oh, ein bisschen Holz zur Insel der Antike. Damit wir da auch nochmal ein bisschen, ne? Lalalala. So. Und die Sonnenschindeln. Tada. So. Ähm. Ja. Dann gehen wir mal eben zur Insel der Antike zurück. Und dann. Ja, dann. Weiß ich auch nicht mehr weiter. So. Schicke ich dir erstmal alle Arbeiten hier. So. Ähm. Da hat natürlich keiner hier. Naja. So. Boah. Sechs Nachrichten. Tada. Dadadadada. Dadadada. Die Doris. Ja. Es ist die Doris. Liebe Grüße an die Doris. So. Was haben wir denn hier? Das sind die... Das waren das immer. Artefakte. Runen. Runensteine waren es. Es waren Runensteine. Natürlich waren es Runensteine. Hey. Weiß ein jeder. So. Veronique. Hallo. Liebe Veronique. Vielen Dank für deine Essen. Für deine Nahrung. Wir wissen nicht, was mit dem zu tun ist. So. Wir bekommen eben halt auch ein Messer und Ruf dadurch, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So. Maria. Maria. Wir holen unser Holz. Auch wenn man es vielleicht jetzt... Schau mal, mein Holz. Ach so. Ja. Steinplatten gehen auch. Lala. Wie gesagt, wir sind ein bisschen, ne? Dadurch kriegen wir Erfahrungen und Ruf. Das ist immer wichtig. So. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall ne Quest, äh, fertig gekriegt. Super. Ähm. Das finde ich ganz klasse. Gut. Freunde, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und, äh, ja. Wir werden uns dann nächste Woche Samstag wiedersehen, wenn ihr denn wollt, um 18 Uhr. Und dann, äh, ja. Schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen was in die Gänge kriegen. Vielen lieben Dank und, äh, ciao mit V. Und, äh, wie gesagt, äh, ich bin reif für die Insel und ihr sicherlich auch. Also treffen wir uns hier auf The Tribus, beziehungsweise auf die Insel der Antike wieder bei The Tribus. Ciao mit V. Tschüss.